YouTubies! Good morning in the morning! Der Herr Deile lästert über den Herrn Schweiger. Ich fang nochmal an. Good morning in the morning! Ich habe einen Red Bull, weil ich ein bisschen müde bin. Wir haben nämlich gestern Abend noch fleißig... Wir haben gestern noch fleißig Geisterjagd gedreht. Das ist übrigens der Geist des Tages. Hallo liebe YouTube! Guten Morgen! Wir gucken uns heute mal Käse an! Hallo! Annika, hallo! Hallo! Annika, die redet den ganzen Tag! Wir freuen uns alle! Ich glaube, die verarschen mich. Dass du mal ganz kurz weißt, wie es uns seit zwei Tagen so geht. So! Können wir jetzt sharen? Annika! Lass uns das alles sofort gerade zeitgleich bei Facebook und YouTube hochjubeln! Also, ich habe nie behauptet, dass die alle Tassen im Schrank haben. Aber geil, wie ihr das Flashmob-mäßig alle gleichzeitig gemacht habt. Ich habe zuerst mitgecheckt, weil ich war nicht eingeweiht. Musst du sofort liken und sharen. Gaffa 17! Oder was ist der Quotwort gewesen? Gaffa 17! Ich dachte, hä? Ich auch. Ich so, was? Ich habe Gaffa gehört und dachte, wir wollen nicht mehr den Mund zukleben. Ich dachte auch nur. Raul ist gerade an mich vorbeigelaufen und meinte, ich bin Boris Entrup und wir machen jetzt den Edgy Look. Aber vor der Kamera will er ja alle lustigen Dinge mal nicht mehr machen. Nein! Ihr müsst einfach bei mir die Kamera draufhalten, dann habt ihr mal auch was Lustiges drauf. Ich mache das gerne. Hi, ich bin Boris Entrup und heute machen wir den Edgy Look. Also hier ein bisschen Lidschatten von Maybelline New York. Den tragen wir einfach da auf und da auf. Achtung, nicht zu viel Concealer benutzen. Das könnte töten. Was? Lernst du das auswendig? Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht. Dafür war es zu gut, aber das machst du nicht zum ersten Mal. Ohne Scheiß, zum allerersten Mal. Das zum ersten Mal. Ich weiß, was Concealer ist. Was ist denn Concealer? Ich meine, hallo, ich wurde jeden Tag sieben Jahre lang geschminkt. Ich weiß auch, was Concealer ist. Hier ist die Frau Antje aus Holland. Und hier ist Biet van der Amstel, auch vom Hollande. Wir waren ja jetzt in dieser Käserei. Ihr seht das da hinten noch, da ist dieser Reiferaum. Und ihr seht da sehr, sehr viele Käse. Ja, ich zeige euch, wie viele Käse hier liegen. Und all diese Käse. Und ich meine wirklich alle. Und jetzt haben wir zwei gerade gewendet und eingeölt. Das war die Challenge. Wir haben wirklich jeden einzelnen Käse, und die sind echt schwer, die wiegen so drei, vier Kilo. Haben wir einfach hochgehoben, eingeölt. Und die haben gedacht, das dauert drei Stunden. Wir waren in 45 Minuten fertig. Eigentlich finde ich uns schon heldenhaft. Ich finde das super. Ich bin auch richtig im Arsch gerade. Also wenn nichts mehr geht, machen wir zwei eine eigene Käsesorte. Und das Team eruiert jetzt gerade, wie es weitergeht. Und irgendwie können wir vom Käse nicht genug bekommen. Wir gucken nämlich einfach... Einen Käsefil. Einen Käsefil. Eigentlich haben wir ziemlich Kohldamm, wenn ich ehrlich bin. So ein Stück Käse wäre jetzt auch lecker. Super. Wir warten. Ein bisschen. Was soll ich dazu sagen? Es ist... 22.22 Uhr. Es ist hier echt geil. Ganz im Ernst, wir haben ein mega Team. Wir machen mega Sachen. Aber das leuchtet uns noch nicht ganz ein. Aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht wird das mega. Mega lustig. Oder verarschen die uns? Nee, die verarschen uns nicht. Also ich glaube nicht, dass die uns verarschen. Weil wir haben mit dem Stativ das alles ausgemessen. Diese Ritze da in den Boden gemacht. Wenn die uns verarschen wollten, hätten die das nicht alles gemacht. Das bräuchte es ja nicht zum verarschen. Okay, es ist mir ein Rätsel, was hier funktioniert. Zumalhin passiert nichts. Da passiert nichts. Die eine Frau sitzt vollkommen kurz vor dem Nervenzimmer auf dem Beifahrersitz. Die verkauft Seifen normalerweise. Die verkauft Seifen. Und die ist vollkommen... Ich sehe immer nur Autos hier, aber es ist nie unser Auto. Es fährt nicht. Die wollen uns doch verarschen. Komm, das können die nicht ernst machen. Die ist vollkommen fertig. Sie saß alleine im Bus die ganze Zeit. Seit einer halben Stunde. So wollten wir ja schon seit einer halben Stunde losfahren. Sie sitzt vollkommen fertig im Bus. Das ist ganz lustig. Ich verstehe jetzt... Ich verstehe so ein bisschen YouTube. Du hast langsam macht es dir Spaß, nicht mehr? Ja, ich finde es ganz lustig. Wow, wir fahren los. Wir fahren los. Abgefahren, es geht los. Stay tuned. Hallo YouTubies vom Ende der Welt. Guckt mal, wir sind an einem Strand, wo so große Kieselsteine liegen. Also sehr große Steine. Das ist sozusagen ein überdimensionaler Kieselsteinstrand. Und wir sind jetzt hier so quer über den Berg gewandert. Also ich weiß gar nicht, ob man das ehrlich gesagt in dem Video sehen kann. Aber es sah ungefähr so aus. Und wir sind einfach quer rüber und hier über diese Steine an der Küste lang geeiert. Und wir suchen einen Schatz unter Gebeinen im Dunkeln der Nacht. Oder so. Und wir hoffen, dass wir den Schatz heute noch finden. Ich hab, ich hab, ich hab Style und das Geld. Wir werden langsam ein bisschen... Malle. Malle. Wir werden Malle, obwohl wir auf Menorca sind. Wir sind jetzt hier am Beach von... Son Chirigay im Norden der Insel. Vielen Dank. Und das Wasser ist mega klar. Und der Raleckowski darf jetzt gleich Flyboarden. Rolowski finde ich auch geil. Wir sind hier beim Flyboard. Nein, nein, nein. Ganz anders. Raul legt sich aufs Maul die Erste. Hallo liebe YouTubies. Wir gucken grad der Annika zu, wie sie sich abmühen muss. Da ist sie. Hallo YouTubies. Ich bin voll im Arsch. Wir sind fast um die ganze Insel gepaddelt. Stimmt wirklich. Fast. Der Raul will mich immer mit dem Paddel hauen. Wenn wir das noch einmal kriegen würden, wär's perfekt. Gerade versucht der Regisseur zu uns zu erklären, wie wir das jetzt machen. Ja. Ich brauch ja nur zwei Sätze bei euch. Meistens nur ein Wort. Und dann läuft das. Wie von selbst. Aber es war tatsächlich ein mega Tag hier auf Malle. Ja. Auf Malle. Auf Menorca. Auf Menorca. Auf Männe. Irgendwie sind so ein paar Gehirnzellen in der Luft geblieben. Ja. Ja. Das ist ein Typ. Ja. Das ist ein Typ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.